Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und herzlich willkommen zu Let's Play Together GTA 5. Oh, habe ich jetzt einen Hund tot gefahren? Helm anziehen. Ja, komm doch, komm doch. Lauf, Hündchen, lauf, lauf. Komm, lauf, lauf, lauf. Oh, der Besitzer ist aber nicht so glücklich. Boah. Komm, lauf, Hündchen, lauf, lauf. Komm, also ich bin schon ein richtiger Hundebesitzer. Man sieht schon, ich gehe richtig nett mit meinem Tierchen um. So, mach mal das, schön dressieren. So, fahren wir weiter. Tut mir leid, dein Hund ist tot. So, wir machen jetzt mal eine Mission oder fangen mal eine Mission an. Fangen wir einfach mal zu, fahren wir einfach mal. Versprecher, fahren wir mal zum H. Au. Das hat weh getan. So, H, wo ist H? Was habe ich denn hier für einen endgeilen Helm an? H wie Hans. Autos gibt es nicht mehr. Okay, kein Problem. Oh, eine Ratte. So, gucken wir uns die Ratte mal an. What the fuck? Das Ding ist ja eine... Das Ding lebt ja noch. Ne, das ist ein Fuchs oder irgendwas. Keine Ahnung. Ja, ein rotes Symbol. What the shit, die Cracky Nicky. Wow. No. Mann, dieser scheiß Hund, Alter. Das glaube ich, das war das Weibchen da. Und das Männchen habe ich angefahren. Das Weibchen hat das gesehen, dass ich das Männchen angefahren habe. Und hat mich dann gebissen. Scheiße. Oh, Michael. Kannst du nicht besser aufpassen? Ja, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch eine Karre. Da vorne steht eine. Die nehmen wir uns einfach. Ist egal, was der Besitzer sagt. Was macht der Besitzer eigentlich? Grillt der? Oder schaut er in die Ferne? Geil. Jo, ich klo mir mal deine Karre, gell? Ist ja in Ordnung, oder? Sind wir uns einig. Ah, scheiße. Zack und tack. Ja. Radio aus. Leute, das ist auch eine Geschichte. Hab fünf Videos gemacht, als ich frei hatte. Und ja, ich konnte die alle nicht hochladen, weil eben der scheiß Radiosender urheberrechtliche Musik geteilt hat. Ärgerlich. So, wir wollen jetzt eine Mission anfangen. Da gehen wir einfach mal zu H. H wie Harry. Hab ich, glaub ich, vorhin gesagt. Und springen wir da mal rein. Wow, Base Jump. Fallschirm öffne dich. Oh, scheiße. Bin ich hier überhaupt richtig? Moin, moin. Alles klar bei euch? Jo. Gehen wir mal hoch hier. Base Jump. Ah, Mist. Fallschirm öffne dich. So. Hallo? Ah. Es wird Nacht. In Los Santos. Ne, das ist die Wüste. Es wird Nacht in der Mojave-Wüste. Jo. Der ist sauer. Die sind alle sauer. Die sind alle so schick gegleitet. Warum eigentlich? Hm. Jo, wir steigen mal in den Transporte rein. Was? Fünf Kilometer soll ich fahren? Ne, Loli. Ich fahr für die Schlimmste 5 Kilometer. Niemals. Komm, lauf. Lauf. Machen wir Eko-Perspektive rein. Ja, Mann. Hab ich's tot gefahren? Oh, ich glaub das ist noch nichts mehr. So, wo haben wir denn hier ein paar Leute? Dieser Scheißköter, der hat mich schon angegriffen. Baah. Stirb. Hé, ich hab ihn mitgeschleift. Jetzt hauen alle ab. Ist ja klar Leute, das war Let's Play Together GTA 5, ich hoffe es hat euch gefallen Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal Ich sage ciao Und bis dann Und jetzt versuche ich noch ein COC zu machen Ne, warte mal, ich gehe weiter Wir gehen weiter, wir gehen weiter Lake Alamos Da ist das Flugzeug abgestürzt Und dort befindet sich Militärtechnik In Wert von 500.000 Dollar Nur man braucht ein U-Boot, um da reinzukommen Ja schön Mission fehlgeschlagen Die Crew wurde im Stich gelassen Die Crew interessiert mich nicht Ich sage ciao Leute, bis zum nächsten Mal Das war Let's Play Together GTA 5 Und wir sehen uns Bis dann, ciao